Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Ich weiß, ich habe ganz zu Beginn des Podcasts, als wir mit dem angefangen haben, schon mal so angeschnitten, wie sieht es eigentlich aus, Thema Schulbeförderung, Thema Doppelversorgung. Und weil ihr uns ganz, ganz viele Fragen gestellt habt, uns angeschrieben habt, dass ihr da ein bisschen Schwierigkeiten habt, dass ihr Bauchschmerzen habt mit dem Thema, wollen wir heute nochmal detailliert darauf eingehen, wie ihr es schafft, eine Doppelversorgung im Bereich der Autositze zu bekommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Weg einer Beantragung, das habe ich schon öfters erwähnt, ist immer der gleiche. Arztbesuch, Rezept, also medizinische Verordnung, Sanitätshaus, Einreichung, Beantragung, entweder Genehmigung, Ablehnung, dann den Widerspruch und bis hin zur Auslieferung des Hilfsmittels. Wie ist das bei dem Thema Autositze, zum Beispiel bei der Schulbeförderung, wenn euer Kind mit einem Fahrdienst abgeholt und in die Schule, in die Einrichtung, in den Kindergarten gebracht wird? Als allererst solltet ihr als Eltern den Beförderungsvertrag prüfen. Den dürft ihr beim Fahrdienst selber, beziehungsweise meistens ist es so, dass die Einrichtungen mit den Fahrdiensten die Verträge haben und ihr euch damit nur anschließt. Manchmal gibt es auch mehrere Fahrdienste, da kommt es immer darauf an, wer für euch dann zuständig ist. Also es gibt einen sogenannten Beförderungsvertrag. Dort muss drinstehen, wer ist für die Autositze, wer ist für die Transportmittel, für die Hilfsmittel zuständig. Ist es der Fahrdienst, dann muss der Fahrdienst dafür sorgen, dass es adäquate, krankheitsabhängige, behinderungsabhängige Hilfsmittel, Beförderungsmittel in seinem Fahrzeug gibt. Wenn euer Kind in einem normalen Autositz ohne Fünfpunktgurt nicht mehr fahren kann, ist der Fahrdienst, wenn er das in seinem Vertrag so drinstehen hat, verpflichtet, hier ein adäquates Hilfsmittel zu erwerben und für euer Kind bereitzuhalten. Viele Fahrdienste klammern das in ihren Beförderungsverträgen aus, denn es werden ja zusätzliche Kosten, die sie haben, wenn sie sich selbst immer um die Autositze kümmern. Aber es gibt Schulen, die darauf großen Wert legen, dass dieser Passus eben mit drin ist, sodass es die Last von den Eltern und die Pflicht auf den Fahrdienst übergeht. Das wäre Punkt eins. Sollte euer Fahrdienst jetzt diesen Passus nicht drin haben, also sollte die Verantwortung bei euch liegen, dass ihr ein adäquates Hilfsmittel, einen korrekten Autositz mit zum Fahrdienst gebt, dann gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich eine Doppelversorgung bei der Krankenkasse beantragen. Wenn die Krankenkasse fit ist bzw. Mitarbeiter hat im Hilfsmittelsektor, die sich auskennen, dann wird euch die Krankenkasse ein Schreiben zukommen lassen mit Lieberversicherter. Für die Schulbeförderung sind wir nicht zuständig. Wir haben es aber an die entsprechende Stelle. Das kann das Schulamt sein, das kann die Kommune sein, das kann das Landratsamt oder das Sozialamt sein, weitergeleitet. Denn dazu ist die Krankenkasse verpflichtet. Sollte die Krankenkasse für eine Beantragung eines Hilfsmittels, in diesem Fall für die Doppelversorgung eines Autositzes, nicht zuständig sein, dann hat die Krankenkasse die Pflicht, innerhalb einer Frist von 14 Tagen, diese Beantragung an die zuständige Stelle weiterzuleiten und euch als Eltern darüber zu informieren. Kommt die Krankenkasse dieser Pflicht nicht nach binnen 14 Tage, sondern lehnt einfach nur grundsätzlich ab, dann sagt der Gesetzgeber so, liebe Krankenkasse, du hast dich daran nicht gehalten, an die Weiterleitungsfrist, jetzt bist doch du zuständig. Dann müsst ihr als Eltern wieder den schweren, mühseligen Weg gehen, Widerspruch, Stellungnahme, manchmal sogar bis vor Sozialgericht. Aber da kann ich euch beruhigen, viele Krankenkassen, viele Mitarbeiter im Hilfsmittelbereich sind mittlerweile so fit, dass sollten Beantragungen kommen, wie zum Beispiel eine Doppelversorgung der Autositze, dass sie so fair sind, euch darüber informieren, wir leiten es weiter an Stelle XY. Das wäre der erste Weg. Der zweite Weg ist, ihr geht ohnehin direkt zum Träger, also zum Schulträger, zum Schulamt, zur Kommune, zum Landratsamt oder zum Sozialamt. Auch möglich die Eingliederungshilfe, das ist wie gesagt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. und beantragt über das Sanitätshaus mit einem Angebot mit der ärztlichen Verordnung bei der Eingliederungshilfe, Sozialamt, Landratsamt, direkt dort die Zweitversorgung. Ihr teilt den dann mit. Unser Fahrdienst hat gesagt, wir brauchen einen separaten Sitz, die Schulbeförderung. Euer Kind hat ja nicht nur die Pflicht, in die Schule zu gehen, sondern eben auch das Recht auf Bildung, wenn es mit dem Fahrdienst in die Schule kommt, beziehungsweise das ist egal, wenn ihr zum Beispiel zwei Autos zu Hause habt, könnt ihr das gleiche auch probieren. Mama fährt das Kind morgens in die Schule, Papa holt es nachmittags ab oder umgekehrt. Ihr habt keine Möglichkeit, die Sitze zwischendrin zu tauschen. Dann ist es möglich, auch hier im privaten Bereich zwei Sitze zu bekommen. Also der zweite Weg wäre über die Eingliederungshilfe, das Sozialamt, das Schulamt oder das Landratsamt. Informiert euch da bitte auf dem Rathaus, wer in eurer Kommune, in eurem Landkreis dafür zuständig ist. Das Prozedere hier, die Beantragung, ist genau das gleiche wie über die Krankenkasse. Es gibt gewisse Fristen, bis das Sozialamt, das Landratsamt euch eine Rückmeldung geben muss. Natürlich kann auch das Landratsamt oder das Sozialamt ein medizinisches Gutachten anfordern, aber die meisten Ämter sind da sehr, sehr fit mittlerweile drin und auch sehr spendabel, weil sie einfach den Sinn dahinter sehen, okay, die Krankenkasse hat einen bezahlt, das heißt, die medizinische Notwendigkeit ist ja schon gegeben und auch bewiesen. Klar, der Fahrdienst hat sich da rausgeredet, beziehungsweise hat es so in seinem Vertrag drinstehen. Oder ihr als Eltern, ihr braucht einfach einen zweiten Sitz, damit das Kind nicht nur die Pflicht, sondern auch das Recht der Schulbildung in Angriff nehmen kann und eben dort mit teilnehmen kann. Wenn alle Stricke reißen, gibt es auch immer die Möglichkeit, dass ihr als Eltern bei den Herstellern oder noch besser über eure Sanitätshäuser direkt Produkte kauft. Und ja, das können sich nicht alle leisten, aber die Sicherheit, die Gesundheit eurer Kinder ist euch natürlich das oberste Gut. Aber das ist wirklich nur der, ich sag mal, Notnagel, das sollte nur die letzte Möglichkeit sein. Ihr habt das Recht, wenn ein Hilfsmittel unter starkem Verschleiß steht, wenn ein Hilfsmittel in Mehrfachausstattung medizinisch benötigt wird oder eben von der Planung her, das heißt, nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, Papa bringt morgen das Kind in die Schule, fährt direkt zur Arbeit, kommt aber natürlich viel, viel später nach Hause, wie jetzt die Schule aufhört. Und Mama hat keine Möglichkeit, den Sitz unterwegs oder über Tag beim Papa abzuholen. Das Kind hat aber natürlich auch das Recht und es ist medizinisch natürlich auch notwendig, dass im anderen Auto oder im Fahrdienst die gleiche Transportsicherheit vorhanden ist. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Weg, ihr könnt es über die Krankenkasse als Doppelversorgung versuchen. Wenn die Krankenkasse es genehmigt, super. Wenn die Krankenkasse es ablehnt und an die zuständige Stelle weiterleitet, auch super. Dann geht der Prozess nahtlos über. Wenn die Krankenkasse ablehnt, ohne es weiterzuleiten, dann müsst ihr den mühsamen Weg des Widerspruchs eventuell sogar bis zum Sozialgericht gehen. Wenn ihr die Beantragung gleich beim Sozialamt oder eben Eingliederungshilfe Landratsamt macht, ist hier der Weg der gleiche wie über die Krankenkasse. Es gibt Möglichkeiten. Viele Eltern wissen das noch nicht. Aber ihr solltet es nutzen. Es dient eurem Kind und es dient der Sicherheit und natürlich auch dem Recht auf Bildung. Und es ist völlig egal, ob es sich um eine Einrichtung Kindergarten, Einrichtung Behindertenwerkstatt oder Einrichtung Schule handelt. Dieses Recht der Doppelversorgung in speziellen Fällen habt ihr allemal. Und es gibt, wie gesagt, mehrere Wege dorthin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Euer Daniel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, 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 wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.